So, hier bin ich dann mal wieder, meine Schauspielkarriere, yo, so, das mit dem Absuch, das steht ja jetzt fest, morgen, 19 Uhr, alles geplant, alles gepackt, Zeit habe ich ja, Nachbarin darum gebeten, dass sie die Pflanzen bewässert und jetzt kann ich nur noch unter die Sonnenbank gehen, so ein bisschen zum Friseur, ja, Kosmetik und dann aber nichts wie los, nicht? Ja, ich würde sagen, hier ist alles erledigt. Ach, mein Mann muss ich auch noch in die Männerpension bringen, das ja auch noch, aber irgendwas vergesse ich doch immer, naja, was soll's. Kreativität, Genie und Wahnsinn, liegt ja dicht beieinander. Jetzt muss das nur noch mit der Kreativität was werden und dann, mal los. Ja, Schatz, ich komme. Ob ich den geheiratet habe, ich hätte auf meine Mutter hören sollen.